Terror, sagen wir den Kampf an. Do it! Falscher Musik-Einspieler, Leute, tut mir völlig leid. Aber habt ihr gesehen, wie Olaf Scholz, wie energisch er hier gegen den Terror argumentiert hat? Es ist peinlich. Ich hatte danach den Motivationstrainer mit dem Just Do It, falls ihr das nicht kennt. Und damit herzlich willkommen bei Politik mit Kopf. Ihr wollt das nochmal sehen? Na bitte, hier kommt es. Terror, sagen wir den Kampf an. Do it! Wir stehen hinter unserer Polizei. Don't let your dreams be dreams. Yesterday you said tomorrow. So just do it! Tut mir leid, ich finde das zum Todlachen. Und ich habe hier noch etwas dabei für Olaf. Olaf, das ist dein Glas Joghurt heute. Und zwar, es geht hier ein bisschen um Landliebe. Das ist keine Schleichwerbung, ich bekomme dafür kein Geld. Es geht allerdings um einen Artikel, den ich die Woche gelesen hatte, in dem ein Kommentator des Fokus, ich glaube es war Gabor Steingart, gesagt hat, die Aussagen des Herrn Olaf Scholz haben eine geringere Haltbarkeit als ein Joghurt. Und da können wir mal drauf schauen. Die Haltbarkeit hier, bis 13.06. Und ich hätte ja jetzt den Countdown gesetzt auf Samstagabend. Also auf den 8. Juni, sagen wir mal, was geben wir ihm an Zeit? Sagen wir ihm 20 Uhr, dass sie es in der Tagesschau noch bringen können. Und zwar der Countdown dafür, dass er jetzt hier angekündigt hat, dass wir nach Syrien und Afghanistan abschieben. Und er lügt die Leute wieder an. Im Deutschen Bundestag lügt er so wirklich den Abgeordneten ins Gesicht. Aber er hat hier noch ganz andere Worte gefunden. Und das müssen wir jetzt mal Stück für Stück durchgehen und bleiben bis zum Ende dran. Es ist wirklich hochspannend. Auch unsere Sicherheitsbehörden haben sich sorgfältig vorbereitet. Ja, Olaf. Ja, unsere Sicherheitsbehörden haben sich bestens vorbereitet. Völlig zu Recht wollen die Bürgerinnen und Bürger wissen, wie die Lage ist und vor allem, was die Bundesregierung unternimmt. Was die Bundesregierung unternimmt. Da fällt nur wieder ein, just do it. Einfach machen, weniger quatschen. Endlich mal das Zepter in die Hand nehmen und den Leuten zeigen, wer dieses Land regiert. Aber das ist Olaf Scholz wohl. Ein Fremdbegriff. Der gewaltsame Tod des Polizisten in Mannheim hat uns alle ins Herz getroffen. Der gewaltsame Tod, hat er gesagt. Oh mein Gott, Leute. Oh mein Gott. Aber er hat die richtigen Worte dann doch noch gefunden auf seinem Zettel. Zwei Sätze später sagt er folgendes. Das tödliche Messerattentat auf einen jungen Polizisten ist Ausdruck einer menschenfeindlichen Lirurgie, eines radikalen Islamismus. Dafür gibt es nur einen Begriff. Terror. Und wie wir uns dem Terror entgegenstellen, das habt ihr am Anfang gesehen. Ich kann euch noch mal zeigen, wie man eine Aussage so ruinieren kann, indem man es so betont wie Olaf Scholz. Terror sagen wir den Kampf an. Richtig motivierend, wie er hier dem Terror den Kampf angesagt hat. Dass ich mich nicht todlache. Wer einen Polizisten tötet, der muss auf das Härteste bestraft werden. Dass der Generalbundesanwalt die Ermittlungen übernommen hat, zeigt, das geschieht. Unser Staat nimmt solche Verbrechen sehr ernst. Habt ihr das gehört? Er muss aufs Härteste bestraft werden. Also fast ganz so wie die Kröler von Sylt. Das wollte ja unsere Bundestagspräsidentin, Frau Baas, so haben. Den Ausschnitt hatte ich euch schon mal gezeigt. Jetzt geht es hier auch darum, dass der Generalbundesanwalt die Ermittlungen übernommen hat. Jens Rommel, der mit dem schönen Namen. Und dass es jetzt nur beim Generalbundesanwalt der Fall wäre, dass man diesen Fall ernst nimmt und dass er hier nach aller Härte des Gesetzes bestraft wird. Und da muss man sagen, also Olaf, du hast wohl keine Ahnung, wie das sonst in Deutschland abgelaufen wäre. Nur weil der Generalbundesanwalt jetzt hier die Ermittlungen übernommen hat, heißt das ja nicht, dass ein anderes Strafmaß zugrunde liegt. Denn es ist in ganz Deutschland das gleiche Strafgesetzbuch, was wir anwenden. Auch wenn er hier nicht vom Generalbundesanwalt vor Gericht gezogen würde, sondern nur von der Staatsanwaltschaft Karlsruhe, die örtlich zuständig ist. Es kommt am Ende das gleiche Urteil dabei heraus. Und was er euch nicht gesagt hat, ist, der Generalbundesanwalt ist die Behörde, die die Nord Stream Ermittlungen hat. Und es geht überhaupt nicht vorwärts. Der Generalbundesanwalt ist es, der unsere Prinz-Reus-Truppe vor Gericht gebracht hat. Die haben ja wirklich Gesetze gebrochen und wollten hier einen Putsch durchführen. Aber auch die Rollator-Oma, die gegen Herrn Lauterbach was sagen wollte, wurde auch vom Generalbundesanwalt abgeführt. Und beim Generalbundesanwalt, wisst ihr, die fliegen nur mit Helikoptern durch die Republik. Also jeder Gefangene wird dann mit einem Hubschrauber eskortiert. Koste es, was es wolle. Aber Herr Scholz meint hier ernsthaft, wenn der Generalbundesanwalt Ermittlungen übernimmt, dann hat man es mit der vollen Härte des Gesetzes zu tun. Ach Olaf, was soll man sagen? Es geht noch weiter. Schon jetzt gibt es die Möglichkeit, Waffen- und Messerverbotszonen auszuweisen. Davon muss noch mehr und konsequenter Gebrauch gemacht werden. Die Bundespolizei setzt das an Bahnhöfen bereits durch. Und wir brauchen das bundesweit, vor allem an Hotspots und bei Großveranstaltungen. Messerverbotszonen, das ist es, was Olaf Scholz hier als Hauptargument bringt, gegen die Vorfälle in Mannheim, gegen die Vorfälle von den ganzen Politikern. Und da muss man einfach nur, also ich lache, weil ich sonst weinen müsste oder mein Glas Joghurt hier gegen die Wand schmeißen müsste, vor Wut. Deswegen steht ja auch Landliebe drauf. Nicht nur Hass und Hetz, auch ein bisschen Liebe ist dabei. Aber Leute, also es ist sein Ernst, das mit den Messerverbotszonen. Das hat er wirklich gesagt. Das ist keine KI hier, das ist ernst, das ist real. Das hat er heute Morgen in der Regierungserklärung zur Sicherheitslage Deutschlands gesagt. Also er gibt hier noch nicht meine Regierungserklärung ab wegen einem anderen Termin. Nein, zur Sicherheitslage in Deutschland. Schlimm genug, dass er sich dazu genötigt sah. Schlimm genug, dass die Sicherheitslage so desolat ist, dass wir hier über Dinge reden, die in anderen Ländern selbstverständlich sind. Aber wir kommen hier jetzt zum eigentlichen Knackpunkt dessen, was ich euch zeigen wollte. Wir kommen hier dazu, dass Olaf Scholz erzählt, wir müssen jetzt nach Syrien und Afghanistan abschieben. Und der Countdown, der läuft nicht nur von diesem Joghurt hier, sondern Samstagabend, 20 Uhr. Wir könnten, wenn wir heute die Entscheidung treffen, dass wir ausfliegen nach Kabul oder nach Islamabad, entweder Afghanistan oder Pakistan, dann könnten wir morgen früh 9 Uhr den ersten Luftwaffenflieger losfliegen. Also starten lassen, ist ja gar kein Problem. Das steht rum in Köln-Bahn, die haben da sechs Stück rumstehen. Die haben gerade keine Termine, die Politiker sind alle in Berlin. Also, wenn er hier wirklich wollen würde, just do it, make your dreams real. Also, dann muss er einfach nur vorangehen, muss die Richtlinienkompetenz ans Kanzler ziehen und seinen anderen Ministern sagen, so wird es gemacht, das ist der Weg, ich bin der Chef im Haus. Hört euch mal an, was er gesagt hat. Es empört mich, wenn jemand schwerste Straftaten begeht, der hier bei uns Schutz gesucht hat. Solche Straftäter gehören abgeschoben, auch wenn sie aus Syrien und Afghanistan stammen. Schwerstkriminelle und terroristische Gefährder haben hier nichts verloren. In solchen Fällen wiegt das Sicherheitsinteresse Deutschlands schwerer als das Schutzinteresse des Täters. Deshalb sucht das Bundesinnenministerium nach rechtlich und praktisch strahlt wegen wegen, wie das gelingen kann. Das Bundesinnenministerium arbeitet daran, Abschiebungen von Straftätern und Gefährdern nach Afghanistan zu ermöglichen. Über die praktische Umsetzung ist das Bundesministerium bereits mit Nachbarländern Afghanistans im Gespräch. Habt ihr gehört? Das Bundesministerium ist bereits mit den Nachbarländern Afghanistans im Gespräch und hier wird es jetzt besonders interessant. Wir hören hier noch mal kurz Herrn Reul zu, der am Dienstag diese Woche gesagt hat, wer die Abschiebungen in unserem Land verhindert. Die Ausgangslage ist immer eine Beurteilung, die wir vom Auswärtigen Amt bekommen. Und die ist in der Regel so, dass uns nicht viel anderes übrig bleibt. Das ist die Beschreibung der Lage. Die Beschreibung der Lage ist, dass Annalena Baerbock mit dem Bundesamt des Auswärtigen oder dem Ministerium für Auswärtiges hier zuständig ist, um die Lagebewertung für die Ausreisemöglichkeiten nach Afghanistan und Syrien zu schaffen. Und Herr Scholz redet davon, dass das Bundesinnenministerium Wege sucht. Das heißt, sie suchen Wege ohne Annalena und das geht nicht. Und hier müsste Olaf Scholz offen und ehrlich sagen, er zieht die Richtlinienkompetenz und weist Annalena Baerbock an, zu tun, was er will. Das kann er. Er ist der Kanzler dieser Republik, aber wenn man so wenig Motivation bei der Arbeit mitbringt wie Olaf Scholz, dann tanzen einem die Mäuse irgendwann auf der Nase herum. Beziehungsweise hier tanzen sie auf dem Kabinettstisch. Denn auch Frau Nancy Faeser war gestern nicht bei der Innenausschusssitzung, wo sie ja die Ministerin dazu ist, denn sie hatten Kabinettssitzung bei Olaf. Und das Perfideste ist, jetzt arbeitet schon das Bundesinnenministerium mit Pakistan zusammen, um hier die Abschiebungen dann auch durchzuführen praktisch. Das heißt, wenn Olaf heute noch das Go gibt, das wir abschieben nach Afghanistan und nach Syrien, dann kann es morgen losgehen. Es gibt noch Flugverbindungen morgen ab Frankfurt, ab Hamburg, ab Berlin, nach Kabul mit Zwischenstopp, entweder in Dubai oder in Istanbul. One-Way-Flüge, wir können sie einfach kaufen, bezahlen, setzen die Leute rein und tschau, dann sind sie weg. Aber ich denke, er wird es nicht wollen. Und das ist das Problem, wenn der Wille fehlt, ist die ganze Politik für den Eimer. Aber er möchte hier sogar noch weitere Ausweisungstatbestände in das Strafgesetz einführen und in das Aufenthaltsgesetz. Und das ist wirklich interessant, nämlich das Billigen von Straftaten soll in Zukunft ein Ausweisungstatbestand werden. Na, da bin ich gespannt, ob sie das bei den Palästinenser-Demos mit den ganzen Hamas-Vempathisanten, ob sie das am Ende auch wirklich durchziehen mit den ganzen Palästinenser-Demos und die Leute abschieben oder ob die Aussagen von Herrn Scholz schon widerlegt sind, bevor nächste Woche dieser Joghurt hier abgelaufen ist. Ich würde wetten, dass Frau Baerbock sich genötigt sieht oder jemand anderes aus der Regierung hier nochmal ein paar Fakten zu schaffen und vielleicht kommt ja noch der ein oder andere Sonderflug mit Flüchtlingen für ein Resettlement-Programm vor dem 13.06. an. Ich halte euch auf dem Laufenden und dann schauen wir mal, wer hier länger durchgehalten hat, Olaf oder mein Joghurt. Damit mache ich Schluss. Bis bald und denke an meinen Telegram-Kanal. Heute Morgen hatte ich YouTube schon wieder nicht über mein Video benachrichtigt und zwar niemand wurde benachrichtigt. Das heißt, ihr verpasst das, wenn ihr sonst nicht meinen Telegram-Kanal abonniert habt, denn da bekommt ihr eine Push-Benachrichtigung direkt auf euer Handy. Immer und jederzeit, denn das wird noch nicht zensiert. Damit, ciao.